Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Oma Simulator, zusammen mit German Let's Play. Hallo. Menjel, starte das Spiel, ich bin ready. Wir haben das Game noch überhaupt nicht gezockt. Ah, okay, Granny, let's go. Ich bin zuerst die Oma, wir werden das... Häh? Oma? Oh Gott, wir wollten... Bitte, deine Großmutter steht da. Oh nein. Wir wollten uns den Spielspaß am Anfang noch nicht verderben, indem wir irgendwie uns selber spoilern. Okay, ich bin die Oma. Wenn ich sprinte, verliere ich Energie. Und du hattest recht, ich muss das Spiel leiser machen. So müsste es passen. Okay. Ja, warte mal. Warte, Omi, ich mache auch. Ah, ich habe auch eine Aufgabe. Ich muss Pillen nehmen. Die Oma muss Pille. Was? Nein! Warte doch, Omi! Ey, Oma! Oma ist von der... Oma wurde... Bist du die Treppe runtergefallen? Nee, ich habe mir die Tür ins Gesicht gerammt. Oma! Juhu... Ah! Du kriegst uns... Ich kriege mit der Bratpfanne, du Ekklinger! Dich kriege ich! Wie kann ich schlagen? Oh nein, meine Waffe ist kaputt. E2 Inter... Ja! Ich bin Spider-Man. Ich bin einfach eine Superheld. Ja, und ich bin so mega langsam. Was war bist du? Was war das denn? Was hast du getan? Ich habe mich mit der Pfanne selbst K.O. geschlagen. Aber... Oh! Aber ich auch. Nee, das war ich gerade. Ach so. Warte mal. Du schlägst dein Kind? Nein! Leere! Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich machen muss. Mann! Ich kann echt immer mit E. Au! Ah! Ah, warte. Hier sind die Pillen. Ist das krank. So, hier auch noch eine Pille. Ah! Doch, ich habe hier immer so Aufgaben. Au! Du Ekklinger! Okay. Meine Aufgabe ist es dann, I need to clean up the clothes in my lovely grandson's room. Au! Boah, Alter. Okay. Ich muss jetzt bei dir die Sachen sauber machen. Ey, wie du läufst. Um die Ecke. Als du gerade auf Toilette wärst. Sehr gut. Nein! Okay. Und voll hinten! Au! Ja, wie gefällt dir das, Omi? Ja, verpiss dich so! Hör, ich habe die voll noch... Ah! Oh! Ich muss jetzt gucken, dass ich meine Aufgabe erfülle. Irgendwo ist dein... Äh, ja... Omi! Ja, hier! Okay, das ist perfekt. Ich habe jetzt die Aufgabe hier. Einfach nur alles... Nein! Ah! Ja! Das ist so dumm. Das ist so dumm. Mir hat sich das ausgedacht, ey. Warte mal, ich mache das hier mal so. Dann weiß ich, wenn du kommst, Alter. Ich habe jetzt hier aber meine Task. Zack. Zack. Nein, bitte. Überraschung! Komm her, Junge! Tschüss! Ich bin weg hier! Ja, aber ich habe meine erste Task gleich erfüllt. Jawohl! Ja, und wie viele musst du schaffen? Äh, zehn Stück, glaube ich. What do I have to do? I need my... Ah, okay. Zwischen den Aufgaben muss ich immer meine Tabletten nehmen. Und dann kann ich eine neue Aufgabe starten. Und insgesamt zehn muss ich schaffen. Und ich bin schon wieder K.O. Loll! Was habe ich? Warte, meine Pillen. Das war es mit dir. Sind hier meine Pillen? Omi! Oh ja, hier sind Pillen. Ja. Omi? Oh Gott. Oh Gott. Verpiss dich! Nein! Messer! Ja! Nee, nicht daneben. Ich habe mich getroffen. Was? Stimmt! Ich habe nur noch 24. Ja. Gleich bist du down. Omi. Ich habe Kaka in den Hosen. Ja, ich helfe dir so. Au! Ja. Ich sterbe. Was bringt das? Ach, guck mal hier. Oh Gott. Ah! Oh, Omi ist gestolpert. Und ich habe nochmal reingetreten. Ja, ich sehe. Omi hat Probleme. Oh Gott. Warte mal, ich will kurz was testen. Ja, was denn? Warte, ich komme her. Nein, guck mal. Ja! Ist das krank. So ein dummes Game. Ja. Hier, Omi, wie ich dich immer wegtreten kann. Ja. Das ist super. Diesmal bin ich der Sohn. Ja. Okay. Und ready. Au. Na, komm mal her, mein Kleiner. Ah, ich sehe ja auch, wie viel Leben du hast. Ja. Da bin ich. Hallo. Ich muss das Zimmer aufräumen. Okay. Oh, das ist doch gut hier. Wie geht das denn? Äh, mit E. Also du musst erst immer nach, er sagt ja immer, nimm die Pillen. Ja, ja, aber wie viel denn? Äh, so viel, bis du die nächste Aufgabe bekommst. Okay. Ah, das hier kann ich jetzt zum Beispiel nehmen. Wieso konnte ich das Ding da unten eben nicht nehmen? Naja, schauen wir mal. Ah. Oma? Ja. Oma, wo bist du? Ich bin am Kacken. Oh, okay. Komm rin. Ah, hier. Du bist nicht kacken. Doch. Oh nein. Oh nein. Oma? Ey, wie langsam ist denn die Oma? Oh, Oma. Wie schön. Ich bin hier mitgehend. Oma, bist du? Hier bei dir. Oh, ich hab dich gesehen. Ach, du Heilige. Hä? Bist du gesprungen? Was? Boah, ich bin so alt. Ich merke es richtig hart in den Knochen. Ich check's halt nicht, wo du bist. Ah, ich würde dir jetzt gerne einen Tipp geben, aber ich glaube, das wird mir nicht helfen. Alter, ist die langsam. Omi, wo bist du? Ich mach gerade Aufgaben. Hä, dann bist du draußen. Nee. Doch, weil sonst seh ich dich nicht. Ich war schon überall. Höh? Oh, Mann. Loll. Ich komm von draußen. Sie hat nicht getasert. Alter. Ich lieg zitternd am Boden. Ja. Aber da komm ich. Ah, ich hab wieder getasert. Tschüss. Oma, warum? Ja, du warst unartig. Nein. Ja, ist leer. Es hat nicht geklappt. Fuck. Ah. So, ne Ball. Mir geht's dir gut. Wieso kann ich das hier nicht machen? Weil du einen Schlüssel brauchst. Ah. Ja. Toll, Alter. Schiss. Er nimmt den Schlüssel nicht. Ich hab einen Schlüssel hier. Einfach rein. Ah, jetzt. Nee, nee. Du hast den einfach. Oh Gott. Ja, toll. Jetzt kann ich hier rein, Alter. Ja. Ja. Ich brauch neue Sachen. Alter, Taser doch. Ich versteh's nicht. Hilfe. Hilfe. Der Junge rastet aus. Ich brauch was, um meine Oma umzubringen. Schnell Oma ausweichen. Oh. Um dann Schlüssel zu getten. Hilfe. Hilfe. Mein Kind. Komm her. Ah, die, die leuchten sind. Oh, eher für mich. Okay. Ja. Billy, nein. Ah. Autsch. Aber das bringt ja kaum Schaden. Was ist das hier? Ja, aber ich Pillen nehme. Ah, die heilen einen, oder was? Ach so. Jetzt check ich's. Ich auch. Ah, und das hier ist irgendwie so ein Geheimnis hier. Ach, hier komm ich auch nicht wieder raus. Hier kann ich mir mit den Schlüsseln Sachen scheinbar kaufen. Ja, ja. Da sind bessere. Da hatte ich auch ein Messer her. Ah, jetzt macht alles Sinn. Dann soll ich wirklich mal ordentlich hier. Ja, Schlüssel holen und dann ein Messer rausziehen. Ja, genau. Bisschen gambeln. So, jetzt muss ich mich natürlich beeilen. So, hier noch einmal aufschließen. Lootbox Nummer 1. Oh. Oh, oh. Oh, mi. Ja. Hier kann ich noch was öffnen. Oh. Das ist natürlich sehr gut. Na, nix. Das sind ja mega viele. Okay. Dann gehen wir, gucken wir mal. Kann ich das werfen? Eigentlich kann man soweit alles werfen. Und es lohnt sich auch, den Balken voll aufzuladen, um mehr Schaden zu machen. Ah, okay. Als ob hier nichts ist. Alter. Was, ne Zeitverschwendung. Was? Du bist irgendwo hingelaufen. Ja, klar. Ah, warte mal. Hier vorne bist du raus. Weißt du gar nicht, wo ich raus bin? Doch, na klar. Wenn du irgendwie sagst, dass sich das nicht gelohnt hat, dann warst du auf jeden Fall draußen. Ich war auf dem Dachboden. Es gibt einen Dachboden? Ja. Und ich bin das gesamte Dach runtergesprungen, hab keinen Schaden bekommen. Nice. Ja, Omi kannst du halt, ne? Jahrelange Übung. Omi? Ja? Was denn, Kind? Alles gut. Hä? Was war das denn? Was ist denn los, Balkreiler? Alles gut, Omi. Ich hab dich nur lieb, wollte ich sagen. Ach so. Krieg mal oben. Was denn? Voll in die Schaden. Jolly, warum? Alter, es ist in meinem Rücken. Du kranke Schwein. Du hast wirklich extra Messer in Dingens hängen. So, warte mal hier. Alter. Ich hab, ey Mann, warum macht das denn so viel Schaden? Ja, aber du wirst ja auch wieder gut geheilt scheinbar. Nee, nee, nee. Die Pille gerade hat mir nichts gebracht. Ich bin so langsam. Oh nein. Zack. Oh, jetzt. Lauf, Junge. Wir brauchen mehr Schüsse. Wie kannst du denn so viel Schaden machen? Ich wurde getasert. Was, das hat bis dahin gereicht? Ja, ich liege hier gerade Ziteln auf dem Boden. Wir brauchen mehr Schlüsse. Das ist immer noch. Ach so, ich gieße die Blumen. Das ist der Sound. Ach Mist, hier kann ich nicht raus. Kannst du nicht das Messer aus meinem Rücken holen? Oh, was ist das denn da vorne? Aus meiner Schulter? Nee. Oh Gott, ich bin gestolpert. Oh nein. Hä? Taser doch. Ja. Ich verstehe nicht, wie man tasert. Was ist da? Nix. Wie Omi wirklich so zwei Sachen in der Schulter hat. Und so mit zwei Kmh da längs läuft. Mach dich nur wieder lustig über mich. Hier muss auch noch eine. Könntest du kurz aufstehen? Ist überall Blut. Nein, das bildest du dir nur ein, Omi. Ist alles gut. Alter, wenn man... In manchen Räumen sind überproportional viele Schlüssel drin, habe ich das Gefühl. Naja. Ah. Was war das? Rackengift. Ich habe dich irgendwie eingeboren. Alter, was? Rackengift. Jetzt aber schnell. Schnell hier rein. Und? Oh ja. Aua, ich habe einen Unfall. Ruf schnell den Krankenwagen. Okay, mache ich. Omi, für dich würde ich doch alles tun. Echt? Ja, du bist doch meine Omi. Oh yes. Alter, was war das? Fuck. Ey. Voll den... Weg mit dir, du E-Krieger. Du hast mich hinter den Schrank geschossen. Alter. Und ich habe auch eine Scheibe gehört. Ist gut möglich, Omi. Lass mich Gott zum Beispiel... Oh, du bist ja plötzlich wieder weg. Oh, ich habe sogar noch einen Key. Oh. Alter, vor allem dieser Sound ist so laut, ne? Ah, Mist. Ich kann nur eins gleichzeitig nehmen. Boah, ist das laut. Omi? Ja. Omi, wo bist du? Das ist doch ein schlechter Witz. Ich habe jeweils sechs Aufgaben schon gemacht. Omi? Ja? Omi, wo bist du denn hin? Omi, mach bitte die Tür auf. Hier ist doch dein Lieblings-Enkelsohn. Ach so. Ah! Ja! Und weg mit dir! Oh nein, ich habe... Ich habe nicht... Nein, oh Gott. Hilfe. Ja. Jetzt müssen wir noch... Komm, ich stehe wieder auf. Ja. Wo ist sie hin? Weg mit dir! Tschüss! Ich habe dich nicht mal gesehen. Ich war hinter der Tür. Ich brauche, was zum Fenster ausgeht. Oh nein! Oh nein! Ich habe mein Messer verloren. Alter, nein. Nein, 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 nein. Oh, was? Puh, nein. Es ist wieder zu... Nein! Nein! Alter! Wo ist mein Messer? Ich habe keine Ahnung. Komm her! Raus! Komm! Das kann nicht wahr sein! Nein! Oh, nein, nein! Tschüss! Mann! So, ich werde jetzt mir mein finales Messer... Oh, nein! Oh, nein! Ist das dumm! Ich komme nicht darauf klar, wie man den Jungen wegtritt. Wie vor allem, wenn man sich das vorstellt. Das ist aber Oma. Das ist fast so ein bisschen wie bei Thaust Park. Sie tritt ihn einfach weg. Alter, ich werde auch nicht mehr geheilt. Und Oma... 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 Wo bist du? Oma... Zack! Was? Gut, dass ich gerannt bin! Nee, ich bin gerannt. Nee, ich habe dich doch da gesehen. Au! Aua! Ich bin hingefallen! Mann! Ich hatte doch hier noch... Irgendwas hätte ich doch aufgemacht. Ja! Was? Ja, Herzmedizin! Ich habe gewonnen! Herzmedizin! Ist das schwer? Ja! Ey, ich habe dein Scheißzimmer aufgeräumt. Mein Zimmer aufgeräumt. Ich habe Blumen gegossen. Draußen. Drinnen. Ey, Mann! Ich dachte, ich hätte noch so mega lange Zeit. Aber nun gut, Leute! Das war's mit einer kleinen Runde vom Granny Simulator. Wenn ihr Bock habt auf eine weitere Runde, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Und habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein! Tschüss! Tschüss!